Hey und hallo zum neuen Video. Das ist jetzt ein Verkaufsvideo von einem iPod Touch 3G mit 32 GB. Funktioniert eigentlich einwandfrei. Hat ein paar Gebrauchsspuren, ist ja normal. Aber er läuft wie gesagt. Ich schalte ihn einfach mal rein. 32 GB Variante. Sieht man, ist auch schon eine ganze Menge drauf hier. Anspielen. Und Musik. Jo, funktioniert jedenfalls. Wie man sieht, funktioniert hier wirklich alles. Beispielsweise Facebook. Wo habe ich es denn jetzt gehabt? Oder geben wir einfach mal bei Safari was ein. Bei dem iPad ist dabei das Ladegerät hier, dieser Adapter und ein Kabel. Geht mal bei Google ein. Anus. Suchen. Versand wären in diesem Falle 5 Euro. Und ihr sagt mir einfach mal, wie viele ihr bereit werdet insgesamt zu zahlen. Per Überweisung würde das Ganze gehen dann oder ganz einfach per Abholung, wenn ihr ihn haben wollt. Oder auf Tausch. Ja, okay. Dieser Artikel ist gesperrt wegen irgendeinem Mist. Aber es funktioniert jedenfalls. Wie man gesehen hat. Und der iPad ist echt, echt cool. Schön klein und... Zubehör ist dabei, habe ich ja gesagt. Schreibt mich an, wenn ihr es haben wollt. Preisverhandlungen. Wenn mehrere ihn haben wollen, beziehungsweise was tauschen, macht mir aber Vorschläge. Versende deutschlandweit. Und wenn es sich lohnt, auch ins Ausland. Danke und wir sehen uns. Schreibt uns.